Österreich hat eine neue Regierung. Doch was hat diese nun vor? Wir haben das Programm der türkis-grünen Regierung studiert. Das Regierungsprogramm ist ein Plan für die nächsten fünf Jahre. Die Volkspartei von Sebastian Kurz legt besonderen Wert auf die Themen Steuersenkung und Integration. Die Grünen, mit Werner Kogler an der Spitze, setzen auf Klimaschutz und Transparenz. Grundsätzlich werden aber alle Themen behandelt, die eine Regierung beeinflussen kann, weshalb das Programm auch 326 Seiten umfasst. Schauen wir uns einige Details an. In der Steuerpolitik möchte die Regierung die Einkommenssteuer für Arbeitnehmerinnen von 25 auf 20 Prozent senken. Auch Steuern auf Sekt- und Hygieneartikel für Frauen sollen wegfallen oder gesenkt werden. Ebenso die Körperschaftssteuer, die Unternehmen zahlen müssen. Das Thema Klimaschutz haben vor allem die Grünen ins Programm gebracht. Österreich soll bis 2040 klimaneutral werden. Zehn Jahre früher, als die EU es vorgibt. Das heißt, Österreich soll dann nicht mehr CO2 ausstoßen, als in der Natur gebunden werden kann. Öl und Kohle sollen für Heizungen bis 2035 abgeschafft sein. Bis 2022 soll der Ausstoß von CO2 einen Preis bekommen. Wer mehr CO2 ausstößt, als erlaubt, muss dafür bezahlen. Auch ein österreichweites Öffi-Ticket soll es geben, um drei Euro pro Tag. Für die Jüngeren im Land steht folgendes im Programm. Die Vorhaben im Bildungsbereich ähneln dem türkisblauen Plan. Große Schulreformen stehen nicht bevor. Ein Kopftuch soll in Zukunft in der Schule erst nach dem 14. Geburtstag getragen werden dürfen. Die sogenannte mittlere Reife ist ein neues Projekt. Auch an den Universitäten dürfte sich nicht allzu viel ändern. Das aktuelle System der Studiengebühren wird nicht verändert. Die Zugangsbeschränkungen zu beliebten Studiengängen sollen weiterentwickelt werden. Weiters sollen die Lehrberufe stärker gefördert werden. Es soll zum Beispiel neue Lehrberufe geben, mit dem Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz. Im Bereich der Sicherheit wird es wohl ein besonders strittiges Thema geben. Die Sicherungshaft. Potenziell gefährliche Personen sollen inhaftiert werden dürfen, noch bevor sie eine Tat begangen haben. Wie die Sicherungshaft rechtlich umgesetzt werden kann, ist bislang noch unklar. Denn vor allem die österreichische Verfassung muss hier genau beachtet werden. Die Grünen haben mit dem Thema Transparenz im Wahlkampf um Stimmen geworben. Transparenz bedeutet, je mehr Information der Staat an die Bevölkerung weitergibt, umso transparenter ist er. Bislang konnten sich die Ämter auf die sogenannte Amtsverschwiegenheit berufen und Informationen zurückhalten. Das soll sich ändern. In Zukunft soll es ein Informationsfreiheitsgesetz geben. Die Bürgerinnen und Bürger können dann sogar vor Gericht Informationen einklagen. Außerdem soll der Rechnungshof die Finanzen der Parteien strenger untersuchen dürfen. Soweit ein erster Blick ins Regierungsprogramm. Sobald konkrete Themen aus den Ministerien auf den Tisch liegen, werden wir uns ausführlicher damit beschäftigen.